Kryptowährungen. Revolutionieren Sie die zukünftige Wirtschaft? Übernehmen Sie unseren Alltag und lösen die herkömmlichen Zahlungsmittel wie den Euro oder den Dollar ab? Das erfahrt ihr in diesem Video. Kryptowährungen sind digitale Zahlungsmittel. Mittlerweile gibt es von ihnen schon mehr als 4000 verschiedene Arten. Unter anderem Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Monero oder Ripple. Kryptowährungen können wie unser physisches Geld als Zahlungsmittel verwendet werden. Man kann mit ihnen auf Kryptocoinbörsen handeln oder sie in andere Währungen umtauschen. Der momentane Umrechnungswert eines Bitcoin, der größten und bekanntesten Kryptowährung, liegt zurzeit bei ca. 8000 Euro pro Bitcoin. Der Vorteil von Kryptowährungen ist eine anonymisierte, verschlüsselte Geldtransaktion ohne Wartezeit. Möchte man also mit Bitcoins bezahlen, so funktioniert das mit einem QR-Code des Empfängers. Man öffnet die Bitcoin-Wallet-App auf seinem Smartphone, in der man seine Bitcoins wie bei einem Online-Konto einer Bank lagert und kann nun den statischen QR-Code des Empfängers scannen. Nun muss nur noch eingegeben werden, wie hoch der Betrag Euro oder Bitcoin sein soll und in wenigen Sekunden wird die Kryptowährung verschickt. Immer mehr große Unternehmen wie Microsoft, Dell oder Lieferando akzeptieren die Zahlung per Kryptowährung. Vereinzelt, aber auch kleine Online-Händler wie Rakuten, WordPress oder Alienware. Bei unseren etablierten Zahlungsmitteln wie dem Euro oder dem Dollar kontrollieren Staaten und Zentralbanken die Werthaltigkeit des Geldes. An deren Stelle tritt bei Kryptowährungen eine globale, dezentrale Datenbank, die Blockchain. Sie besteht aus verschlüsselten Informationsblöcken, die aneinandergereiht werden. In der Blockchain werden alle Transaktionen einer Kryptowährung anonym gespeichert und alle Besitzer der Kryptowährung erhalten Zugriff auf diese Transaktionen. Wechselt zum Beispiel ein Bitcoin seinen Besitzer, wird die Transaktion in die Blockchain eingetragen. Dies geschieht durch sehr komplexe Rechenmethoden. Jeder Besitzer einer Kryptowährung kann durch die Rechenleistung seines Computersystems diese Rechenmethoden mit Hilfe eines Programms, wie zum Beispiel Bitminer, ausführen und bestätigt damit die Korrektheit der Transaktion. Ist der neue Baustein in der Blockchain einmal bestätigt worden, kann dieser im Nachhinein nicht mehr aus der Kette entfernt werden und ist ab jetzt unveränderbar und somit fälschungs- und manipulationssicher. Zusammenfassend kann man sagen, dass Kryptowährungen immer mehr durch die anonymen und sofortigen Transaktionen in Mode kommen und gerade große Firmen sie schon als Zahlungsmittel akzeptieren. Dennoch hat die Anonymität der Transaktionen auch eine negative Seite. Dadurch, dass man die Transaktionen nicht nachverfolgen kann, werden Kryptowährungen auch häufig für illegale Zwecke benutzt, wie zum Beispiel beim Drogenkauf im Internet oder zur Unterstützung von terroristischen Organisationen. Untertitelung des ZDF, 2020